Hallo und herzlich Willkommen bei Zagboy A Big Adventure. Ja, der Epi hat sich wieder beruhigt, aber ich gehe trotzdem mal lieber ganz schnell weg, bevor er wieder irgendwas Böses macht. In der letzten Folge haben wir das Tutorial durchgenommen. Und ich bin jetzt Freya von... Achso, hat der jetzt neue Ware? Nee, der dingelt immer, wenn ich da rangehe. Das habe ich jetzt gerade voll irritiert. Ja, ich weiß gar nicht, was du eigentlich bist. Der Alien vom Mars? Ich bin ein grüner Gnom. Mir stand aber kein Name oder so drauf. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir in dem ersten Level kalte Füße bekommen. So voll historisch. Ah, da können wir die auch nochmal auswählen. Okay, wie kann ich denn bestätigen? Ja, bestätigen mit A. Wenn du das beibehalten willst, ja. Ja. Ich finde das cool. Ich würde mir zwar gerne selber was erstellen, aber bis dahin finde ich das ziemlich cool. Ich brauche natürlich irgendein Mädchen. Also ein Zag-Girl sozusagen. Oh, das sieht böse aus. Hm. Ja. So kann ich mich mal besser ansehen, weil ich jetzt endlich mal in größerer Aufnahme bin. Ich bin glaube ich eher so ein Kremlin oder so. Oh, ah, was ist das denn? Hilfe. Machen die irgendwas Böses? Nö. Ja, doch. Schon. Hey, das war mein Kostüm. Nein, war's nicht. Oh, bist du böse. Alles meins. Das ist meine Aufnahme. Hallo? Ich hab da gerade gegengeschlagen. Geh da hin. Ja, danke. Ich bin gleich tot wegen dir. Nee, du wirst zu mir geportet. Was ist hier? Ist da noch irgendwas? Warte mal. Komm mal zurück. Nein, nein, ich nicht. Wir hätten anscheinend vorher irgendwie hoch... War denn rechts noch irgendwas? Nein. Uh, uh. Du Arsch. Au, au. Nee, warte mal. Die tun einem weh. Da ist Game One us hin. Ja, ja. Wolltest du unten noch was gucken? Ich dachte rechts war mir. Hallo, liebe Blume. Sicher? Ja. Ich komm gar nicht rein. Wahrscheinlich da auch hinten. Da will hellhitten Sachen noch. Was kommt jetzt? Nein, 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 nein. Nicht zu mir gehen. Mach du das mal. Ich sammle so lange die Punkte ein. Ja, ja. Ich denke schon souverän. Ja, aber die Punkte, wie gesagt, die sind wir ja normalerweise... Bah! Arsch. Arsch, arsch. Ach so, man darf ja jetzt nicht mehr fluchen, ne? Als YouTuber. Also wir dürfen nicht fluchen, weil dafür können wir jetzt gestriket werden. Das hat man jetzt per Gesetz entschlossen. Das ist ja auch richtig so. Ich rufe immer so viel. Leg da. Kann man sich da aufkramt festhalten? Oh, hier oben ist noch was. Da müssen wir da rüberkommen. Warte mal. Was sind wir nicht hier? Ach so, da hinten meinst du. Ja, aber wie kommen wir da rauf? Ah, so. Oh, wir haben ein Zeitlimit irgendwie. Wie ein Zeitlimit. Ah! Nimm das rechts noch mit schnell. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Oder war das so ein doppeltes Zeitlimit oder sowas mit Doppelpunkten? Das ist ja nie, warte mal, hier ist noch an der Seite was. Du musst doch auch keine Seite machen. Ja, ich komme noch zurück. Lass mich mal hier gucken. Ja, die Seite muss doch noch. Hä? Kalte Füße. Ja, geil. Die Füße sind jetzt nicht, aber... Da ist ein Fragezeichen. Nein! Oh. Willst du da nicht rein? Ja doch, aber ich wollte jetzt nicht reingezogen werden oder so. Ich wollte das mitnehmen. Was ist denn das? Ist das eine Art Bonuslevel? Das sind die geil! Ah! Der hat meine Dings gegessen gerade. Ach, das ist wie dieses Spiel, wo du da auf die Dinger drauf hauen musst. Wie heißt das? Ich bin nehm. Oh. Entschuldigung. Das hört sich an wie die Chipmunks. Mitten rein hier. Zack! Geh doch mal auf deine Seite. Lass mich doch mal meine machen. Scheiße! Ist das auch schon geflogen? Ich will meine Belohnung wieder... Hey, warum kriegst du die in? Ja, weil ich die eben... Ah! Die einfach weg. Haben wir hier fünf Bonuslevel oder was heißt das? Müssen wir die sammeln irgendwie? Ja, aber du gehst immer so schnell vorbei an den Sachen. Das ist auch irgendwas hier noch. Das kann man auch noch was machen. Nee. Ja, jetzt noch nicht. Das kann man später noch. Aua! Nein. Auf der anderen Seite war noch was, glaube ich. Ja, aber ich will hier nicht in den Abgrund stürzen wegen dir. Da habe ich die Schraube rausgeholt. Ach so. Da ist noch was. Ein Kostüm. Kannst du da noch... Nee, ne? Nee, das hatte ich die Schraube rausgeholt. Warte. Ich geh schon mal. Na! Boah! Oh! Mach die Kleinen. Du musst auch die Draube. Uh! Aua! Ah! Ja, ich danke. Ich bin runtergefallen. Nein! Oh! Hä? Kann man das nicht... Was war denn das jetzt? Kommt man das nicht einsam? Jetzt bin ich da rüber gesprungen wegen dir? Vor allen Dingen wegen mir, ne? Ja, weil du mich da so rumgeboxt hast. Oh! Ich kann hier nicht einsameln. Ich sehe nix. Hallo! Ich muss die Sachen einsammeln. Nein! Boah! Was ist denn ernst jetzt? Das ist aber echt blöd gemacht, wenn man zu zweit spielt. Weil man will ja auch die Sachen einsammeln, aber man sieht überhaupt nichts. Oh, wie kommen wir da hin? Oh, ich verspüren. Oh! Habe ich mal keiner weg. Kann man sich ja fragen. Springo! Aua! Wo bin ich jetzt? Hallo? Du hast es gefangen. Ja, aber das ist für uns beide, nehme ich mal an. Uh! Stimmt, damit springt man. Oh, das sieht groß aus. Guck mal, warten wir nicht, die einen Redding-Tappen statt hier. Warte mal, Jons, das ist doch noch so ein Spiegel. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr hin. Ich werde jetzt gerade so transportiert. Au! Na, kann der einfach mal springen hier? Aber mit Spiegel konnte man auch noch nichts machen mit. Nee, das scheint nicht immer zu gehen wohl. Warte, rechts ist noch was, komm. Ach, das ist wieder so eine Schraube. Die haben eine Schraube locker. Ah, ja! Achso, wir kommen jetzt noch bewegen. Das ist doch... Da, 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 da. Yay! Wow! Aber da kriegen wir beide die gleichen Sachen. Ja, die Klamotten kriegen wir, glaube ich, gleich. Ja, du hast mich ja auch ständig geboxt und runtergeschnüften. Das war total unfair, war das. Nein, gar nicht. Doch, das haben alle gesehen bei mir. Nein, das kann ja nicht sein. Doch, doch. Ich kann dir meine Aufnahme zeigen. Aber wir haben nur fünf von... Oder kriegen wir die auch im Level? Ich hab jetzt gar nicht so drauf geachtet. Also eins haben wir in dem Bonus-Level auf jeden Fall bekommen. Oh, wir haben Gold. Ich denke mal, dass da Versteckte noch sind. Der Himmelhochgipfel. Und raus vom Gipfel komme ich her. Ich muss euch sagen, es gipfelt sehr. Ja. So, die sind irgendwie wieder neu, kann das sein? Ja klar, die haben wir doch letztes Mal geschlagen. Kannst du die denn immer wieder neu machen? Ja, aber... Ja klar, weil du doch hier durch rennst. Aber das ist auch so ein Nebending. Ja, aber so könntest du natürlich auch ein bisschen sammeln, ne? Ja. Wolltest du noch was gucken? Ne. Da hinten rechts, das, was sich so dreht, kann das sein, dass das ein Partner-Level ist? Das ist ein Partner-Level, ja. Das hatten die, glaube ich, bei LittleBigPlanet 1 und 2 auch, ne? Dass du teilweise die Sachen nur machen konntest, wenn du mit zwei Leuten drin warst, meine ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ist jetzt schon ein paar Jährchen, glaube ich, her, aber... Oh, das sieht böse aus. Das sieht aus wie japanische Rachen oder sowas. Wir billigen solches Verhalten nicht. Was meinen die denn damit? Vorhängerschlösser mit Zahlen drauf sind keine schicken Kombinationsschlösser, sondern zeigen an, wie viele Schurken zu erledigen sind. Oh, merkt ihr das mal? Wenn irgendwo was steht. Wie sieht der denn aus? Der erinnert mich an Dingen kümmern, die sind einen, der Feuerspeit. Nein, die DBD-Camper sind auch hier. Guck mal, hier oben links. Stimmt, Campers. Die findest du überall. Da ist wieder einer. Hier, so. Oh. Blinkte Taste. Also links unten. Äh, rechts unten meine ich, nicht links. Kann man da zu... Aua! Kann man da zu zwei ziehen, wollte ich gerade sagen. Kannst du mal einfach ziehen statt hier? Boah. Zieh! Äh, rechts unten auch. Wird festhalten. Hier rechts unten. R2. Sag das doch. Ja, sag ich doch. Oh! Oh, jetzt wäre ich hier fast kaputt gegangen. Ich mach dir den Weg frei. Ich gehöre zu den Reifeisenbanken. Ey! Was? Die obere Bildfrequenz kann zu Problemen... Äh, aktuelle... Wie aktuelle Bildfrequenz kann zu Problemen führen? Was haben die denn für ein Problem? Nein! So. Was ist denn das da hinten? Aua! Ich hau und dann werde ich hier weggeschleudert, weil du mich haust. Wirst du mich ver... Äppel. Ich darf ja nicht mehr fliegen. Äh. Boah, das ist so unfair, ne? Dass der mir hier alles klaut. Am Ende haben wir gar nichts. Ach, warte. Ziehen! 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 Wieso kann ich nicht ziehen jetzt? Ah! Nimm den oben noch! Nimm den oben noch! Ja, mein Kind! Aber das ist doch jetzt kein doppeltes gewesen. Wie würdest du den denn alleine spielen hier, wenn du da... Nein, da auch noch. Warte mal, hier ist auch noch das. Oder die ändern das dann. Äh. Ich bin daneben. Ich bin drin, kann aber nicht alles nehmen, weil das anscheinend... Hoch! Okay. Hallo? Du musst hier hoch und... Ich muss da erstmal festhalten können. Jetzt. Ähm. Wo kommt man denn da hin? Oh, da rutsch ich ja runter. Ich kann gar keinen Doppelsprung machen. Bleib mal stehen. Was denn? Du bist so blöber. Was war das fast? Warte, warte. Warte. Ich war auch mal. Ja, aber wie kommen wir da hin? Ja, wenn du stehen bleibst, könnte ich gucken, ob ich da hochkomme. Du sowieso nicht. Nee. Ja, aber mein rutscht da rechts und links so extrem. Komm mal kurz nach vorne. Hier war aber gar nichts, ne? Da war nur... Vielleicht müssen wir das von der anderen Seite machen, von da oben. Irgendwie kommen wir links rüber irgendwie noch da hoch. Aber rechts ist niedriger, siehst du das? Ähm. Zum Hochspringen. Aber ich weiß nicht, ob man da... Mit festhalten. Ich komme ja gar nicht festhalten. Oder wir müssen hier oben aufeinander springen. Aber das kann doch nicht sein, ne? Nee, jetzt sind es schwierig. Wir sind doch Newbs. Also irgendwie geht's aber, aber... Ja, du warst fast dran. Äh, was ist das denn? Hä? Was war das? Hä? Wieso hat sich das unten bewegt? Unten hat sich das... Also ich hab's so pomisch gehört, aber... Doch, da zieht... Ach, oh. Nein! Du musst festhalten. Geh du drauf. Geh drauf. Dein Ernst? Wir sind Newbs, oder wie war das? Nein. Oh, das war knapp. Ist das jetzt eine eventuelle Bonus-Seite, oder ist das andere? Warte mal, dann kann man das hier... Ah, guck mal! Daran festhalten. Das haben wir eben nicht gemacht. Vielleicht hätten wir da noch den Bonus bekommen. Was hab ich denn da jetzt eigentlich... Achso, das ist eine Kugel gewesen. Nicht runter. Oh, ha, ha! Nicht runter und sie fällt runter, super. Nee, du bist unten. Achso! Ich hab wieder mit dir gespielt. Aber du weißt jetzt, wie du hochkommst. Deswegen find ich's gut, dass wir Männern und Weiblein sind. Aber rechts, pass auf, spring nicht einfach drüber, weil die Dinger... Deswegen war ich gerade so ein Sitz. Aua! Achtung, da kommt noch eine. Wo steh ich denn? Hallo! Oh! Nein! Aua! Nein, ich bin tot. Ich bin gestert. Aber du kommst doch hier dann... Warte. Äh... Hä? Wie komm ich denn jetzt nicht? Wie kann ich denn wieder raus? Warte doch mal! Ja, ich versuch eigentlich, dich wieder reinzukriegen. Normalerweise wirst du doch hier reingeteleportiert, oder nicht? Ja, aber ich... Er zeig mir ja nix an jetzt. Er zeig mir nur deinen an jetzt. Uah, wenn ich jetzt da runterspringe? Da komm ich wieder hoch, ne? Bei mir steht er wartet. Also ich warte irgendwie. Musst du jetzt alles alleine machen? Ach so, Scheiße, ey. Ja, aber normalerweise, du hast doch so einen Punkt, wo der andere wieder mit rein... Geh mal da oben eben rein, oder? Da müsstest du doch mit da reinkommen, oder? Probier's. Aber du musst dich das Fragezeichen unten noch machen. Jetzt kommst du nicht mehr zurück. Wahrscheinlich. Das ist der Bonus-Level nicht. Ja, aber ich dachte, das ist der Bonus-Level hier. Nein, ist er nicht. Das Bonus-Level. Warte mal, links war noch was. Lass uns hier nochmal... Was war denn? Ach so da. Boah, komm, halt dich fest. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal hinzugehen. Warte mal. Nein, wir müssen schneller machen. Irgendwas ist hier. Mit dem Rad? Nein, wo bin ich jetzt hin? Ich will aber hier links rum. Ja, bleib mal stehen. Bleib doch mal hier. Stell dich mal auf mich drauf. Ja. Ah, das ist so ein geheimnisvoll. Geh mal auf das Rad. Geh mal auf das Rad. Ja, das habe ich mich auch gedacht, aber... Ja, dann lassen wir den Epi mal alleine spielen. So als Ausgleich für eben. Das sind die blauen, die anderen... Ich denke mal, damit kommst du nach oben, oder? Dann sagt der nachher... Das ist doch klar, ich habe ja auch viel mehr eingesammelt als du. Ich habe ja auch viel mehr gemacht, als du. Hm, pass auf, die können nicht... Oh! Ich wollte ein neues Fahrzeug... Aber ich wollte hier nicht runter. Ja doch, du musst da eh runter. Also das ist nicht schlimm. Ich habe mich ganz erschrocken. Oh! Pass auf, pass auf. Ah! Das Ding hat sich selber kaputt gemacht, wie geil. Warte mal, lass uns erstmal kurz um die Kugel... Oh, scheiße. Äh, pass aber auf, bis die Dinger verbreiten. Nein, ich muss loslassen. Nein, wieso lässt du los? Oh, war das knapp. Ey! Neue Emotionen! Das waren meine Emotionen. Aggressionen! Das sind die neue Emotionen. Ähm... Juhu! Aha! Was hast du denn da vorne? Warte mal, das kommt von links runter. Gott, brauchen wir aber, da kommen wir nicht hier hoch, ne? Hallo, nicht fluchen! Denk dran, sonst kriege ich einen Strike. Ja, ich glaube, so genau werden wir nicht drauf achten. Da ist auch eine riesige... Äh, also riesig, weiß ich nicht, ich kenne sie nicht. Oh, lass uns mal. Ähm, aber da ist wohl eine... Eine... Jetzt kommen wir aber nicht nach links, ne? Ich weiß, die Zeit läuft ab. Willst du nach links oder nach rechts? Ich will nach unten. Aber nach rechts oder nach links? Also, du musst irgendwas machen, nicht sterben. Was ist das? Was ist das? Lauter Raketen. Ich bin auch wieder da. Ach so, ach so. Ach so, das ist so, wenn man mit vier spielt. Ja, siehst du, die Fragezeichen haben wir wirklich nicht mehr gekriegt. Beide 500. Ja, das war irgendwie schon. Yeah, wir haben sogar Gold erreicht. Neues Kostüm. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Nein, wieso dreht die sich nicht um? Gerade nochmal am Ende umgedreht. Was hast du denn für ein Hintergrund? Das sieht ja geil aus. Mit diesen Zeichen. Ja. Er muss wahrscheinlich noch mehr Bonus-Level geben. Ja, wir hätten noch nach links. Aber ich weiß nicht, wie wir da nach links hätten hochgehen können. Wenn du keinen Freund für die Team-Level findest, probiere die Optionen online spielen. Ach so, damit der andere, mit anderen dann... Was ist denn hier nochmal einsammeln? Oh, wieso kann ich mich nie bewegen? Wieso kannst du dich bewegen und ich mich wieder nicht? Was ist das für ein Mist hier? Weiß ich nicht. Hallo? Oh Leute, ernsthaft jetzt? Warte, da ist was Neues. Ich habe eine C-Kanne gefunden. Das kann man auch. Oh! Könnte vielleicht ein Bonus-Level sein. Und ich wollte gerade schon die Folge beenden. Mach dich bereit für Sammelschellen im Überfluss! Nee. Wo sind wir denn? Ah! Hab ich die noch bekommen? Wir müssen die alle kriegen, ne? Schnell, schnell! Die Zeit ist gleich um! Ja! Das war doof. Die Zeit ist gleich um! Ja! Hab ich schon verstanden! Die Zeit ist um! Wow! Wie wär's, wenn du diese Sammelschellen bei Somsom ausgibst? Du verdienst eine Belohnung und ich verdiene meinen Gewinn! Okay. Ah! Ich hab mehr! Ich hab mehr! Ich hab mehr! Nee, 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 nee! Nee, 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 nee! Wolltunneln! So, probier's mal bei Wolfen! Ja! Das ist ja cool! Können wir hier die auch nochmal kurz einsammeln? Zack! Ach, da siehst du auch direkt, wie viel du bekommen hast! Guck mal! Das ist hier wie Mogeln! Das sieht geil aus! Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, auch wenn das Bonuslevel jetzt sehr schnell bei uns sehr kurz war, dass wir hier mal eben einen kleinen Cut machen. Stehen wir unten richtig? Ja, wir stehen am richtigen. Und dass wir dann das nächste Level in der nächsten Folge machen werden. Bis dann! Ciao! Bis dann!